So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. The Legend of Zelda A Link to the Past. Wir machen uns jetzt einmal ganz schnell auf den Weg zum Masterschwert, denn wir haben im letzten Part ja das dritte der Amulette errungen. Und sollen damit nun das Masterschwert erhalten können. Und zwar, wie der Hasrallah ist schon eingezeichnet, hier oben in den Wäldern, ganz oben in der Ecke. Und, ja, einfach schnell hinlaufen. Ich will mich noch nicht so lange aufhalten. Ich möchte möglichst noch in diesem Part, ähm, den, ja, Schlosschen Hyrule fertig machen. Ach, gehen wir nicht um den Geist. Zack. So. Diesmal werden wir ein bisschen, na, nicht wirklich viel mehr von den Wäldern sehen. Eigentlich sind wir ja auch gleich schon wieder durch, oder? Ja, fast. Was wir noch gar nicht gesehen haben, sind die... Okay, falsch abgewogen. Da! Da ist ein Masterschwert. Das holen wir uns einfach gleich mal. Ähm, nein, wir holen uns das nicht. Was ihr da seht, sind Diebe. Die rempeln euch an und wir verlieren dann unser Inventar. Also Teile daraus. Das möchte ich möglichst nicht haben. Was blöde ist, die sind auch ziemlich hartnäckig beim Verfolgen. So, ich hoffe mal, ich kann die jetzt einigermaßen umgehen. Weil ich möchte die nicht dabei haben, wenn ich mir gleich das verdammte Schwert erhole. Sondern bleib da oben und nerv mich nicht. Das ist das Masterschwert. Oder auch doch nicht. Okay. Ja, in diesem Wald gibt es auch mehrere Fälschungen. Da müsst ihr vielleicht aufpassen. Start da hier nicht irgendwo? Will er mich verdingseln? Egal. Okay. Nervt er mich wenigstens gleich nicht mehr. Gut, wir gehen hier oben lang. Ich glaube, ich bin... Es gibt mehrere Orte, in denen wir in den Wald können. Ach ne, das geht hier ja noch gar nicht. Gut, aber hier müssen wir ziemlich richtig sein. Ja, da sind wir jetzt auch. Da ist noch ein Masterschwert. Und hier sind wir nur auf einer Lichtung. Und wie wir schon sehen können, muss hier irgendwas Großes sein. Und das sehen wir hier auch schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da bisher noch keiner gefunden haben will. Hier vorne steht übrigens noch was drauf. Das können wir auch gleich mal mit dem Buch Mudura irgendwie übersetzen. Ach so, ja. Wenn die große Zerstörung naht, wird ein Held kommen, der drei Amulette trägt. Er wird das Schwert ziehen können, denn er ist ein Nachfahre der tapferen Ritter. Okay, wir haben die drei Amulette. Also ziehen wir einfach mal. Immer wieder erstaunlicher, packt mir zwei Händen an und zieht damit eine raus. Luffy, ich bin Sahasralla. Kann es kaum glauben, dass du tatsächlich das Masterschwert errungen hast. Ich glaube, dass du mit diesem glänzenden Schwert die böse Macht des Zauberers niederschmettern kannst. Das Schicksal dieses Landes liegt in deinen Händen. Ich habe Vertrauen in dich. Okay, ja, damit ist der Nebel hier nun weg aus den Wäldern. Ähm, die Besonderheiten des Schwertes. Bei voller Energieleiste können wir diese Energieringe abschießen. Und ich glaube, ich habe zumindest immer das Gefühl, dieses Schwert hat auch ein bisschen mehr Reichweite. Aber das, da bin ich mir nicht 100% sicher mit. Luffy, hilfet die Burgwachen dringend in die Kathedrale ein. Den Schrei erspare ich mir jetzt einfach mal, weil ich nicht schreien kann. Ähm, ja, das sollte ein kleiner Hinweis sein, dem wir auch schnell nachgehen werden mal. Ach, gehen wir auf den Weg, du blöder Busch. So. Und wie ihr seht, der Nebel ist jetzt aus dem kompletten Wald weg. Das heißt, wir haben jetzt überall freie Sicht. Ähm. Dafür ist aber auch diese wunderschöne Musik hier drin weg. Das finde ich etwas schade. Gut. Ach ja, und das Masterschwert ist natürlich auch stärker. Ähm. Und zwar, um das dann doppelt so stark für unser altes Schwert. Das wird uns hier nicht viel bringen, weil schon bald werden auch die Gegner doppelt so stark sein. Zumindest hier in der Lichtwelt. Und auch in der Schattenwelt werden die nicht gerade zimperlich sein. Achso, ich habe schon wieder viel zu viel vorgegriffen. Ähm. Ja, wir sind jetzt erstmal fast bei der Kathedrale, wenn uns dieser Baum dann nicht aufgehalten hätte. Ach, gehen wir mal aus dem Weg, du blöder Felden. Danke. Gut, ab in die Kathedrale. Und. Oh, zu schnell. Da sehen wir ihn liegen und Prinzessin Zelda ist weg. Was hast du zu sagen? Luffy, du kommst eine Sekunde zu spät. Aha. Wir konnten es nicht verhindern. Zelda. Die Soldaten haben sie entführt. Sie brachten sie ganz oben in den Burgturm. Du musst sie finden, bevor der Zauberer seine Magie gegen sie anwendet. Bitte. Du bist unsere eigenstige Hoffnung. Ja, ja, ja. Okay, ja, damit ist der Priester damit auch tot. Ähm. Hier sparen wir einen Kommentar jetzt dazu. Ähm. Wir wickeln uns einfach ganz schnell in die Burg. Ich geh mir auf den Weg. Achso, ja, die Energiestrahlen sind, glaube ich, noch so schwach, ähm, wie das alte Schwert. Also, da hat sich nicht wirklich was getan. Achso, die haben ja vorher schon ein bisschen mehr aufgehalten. Der war tot, danke. Ach. Zack. Zack. Ich möchte mich auch gar nicht groß aufhalten. Hab Nachsicht mit mir, falls ihr da mal eine ganz wirklich nütige Tragik mit da. Irgendwie war ich noch nie wirklich so der Talentschauspieler, der sich da irgendwie in diese tragische Situation hineinversetzen könnte. Von wegen Trotapriester und all das. Also, ich glaube, jetzt können wir hier auch offen durchs Schlosstor gehen, oder? Ja. Dann lass mich da mal da rein. Wir stürmen einfach das Schloss. Okay. Das ist zum Thema, wir stürmen das Schloss. Ähm. Haben wir hier irgendwo Herzen? Ich hasse es, wenn irgendwo Herzen fehlt. Ich hasse es, ich hasse es. Nö, natürlich nicht. Okay, dann stürmen wir einfach so das Schloss. Gut. Wie wir schon gehört haben, ist Zelda ein Burgturm. Komm her, danke. Und tot. Das heißt, wir werden uns nicht damit aufhalten, hier in den Keller zu gehen, sondern wir werden einfach mal kurz die Palastwachen hier ausschalten. Okay, die Energiestrahlen sind schwächer als das Schwert selber. Zack, 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 wanderte kennenzulernen. Gut, und wer sich noch erinnert, ich glaube, ich habe es euch auch erzählt, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Diese Energiebarriere konnten wir mit dem alten Schwert nicht brechen und wir kommen da auch nicht durch. Jetzt mit dem Master-Schwert können wir jetzt einfach kaputt hauen und wir kommen durch da. Täteratet. Gut, und nun beginnen die letzten Stockwerke des Schlosses. Ach, die habe ich ja lieb. Das Gute ist, dieser Energiekreis hat eine relativ, ähm, ja, große Reichweite, äh, also auch Breite. Dass man mit denen da zumindest gerade am Anfang kein Problem haben sollte. Insgesamt ist dieser Energiestrahl gerade in diesem Schloss hier sämtlich. So, nun lass mich hoch da. Ich hasse solche lichtlosen Räume. Meuchelmörder, juhu. Komm, du musst auch sterben. Sterben müssen wir alle mal. Früher oder später überschliessieren. So. Ja, das ganze Obergeschoss ist irgendwie, es sind, glaube ich, jeweils nur vier Räume immer pro Geschoss, maximal. Allerdings, ja, ihr seht, es sind die mit ziemlich vielen Hindernissen bestückt auch. So, hier irgendwo gibt es noch einen Schlüssel. Dann gibt es hier noch eine ganze Menge anderer Quark. Ihr müsst aufpassen, diese Wände schützen euch nicht vor ihren Schwertern. Die Schwerter kommen da nicht durch. So, da ist der Schalter und da hinten müsste eine Truhe irgendwo sein. Genau. Weil diesen brauchen wir hier hinten. Das freut mich schon, wenn wir mehr Bankier zur Verfügung haben. So, zack, zack, zack. Ja, diese Etage ist eigentlich quasi nur ein einziges Labyrinth, aber das ist auch schon der Schlüssel, den ich suche. Und damit jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Wir sollten eigentlich voll ausgerüttet sein. Ne, ich habe etwas vergessen, aber das können wir später noch nachholen. Ihr müsst aufpassen, dass ihr auch ganz sicher die Mondperle mitgenommen habt aus Heras Turm. Das vergesse ich nämlich gerne mal und dann werdet ihr nämlich nachher noch ein kleines Wunder erleben. Wer mir im Laufe des Plätzen ein bisschen besser zugehört hat, weiß ungefähr, was ich meine. So, ich bin tot. Ich kann es einfach nur wirklich empfehlen, weil es passiert mir eigentlich bei jedem zweiten Durchgang irgendwie, dass ich diese Mondperle vergesse. Und ich könnte mich jedes Mal dafür selber verprügeln. Weil das auch so ein dummer Fehler ist eigentlich. Und man die Mondperle trotzdem so leicht übersehen kann und auch vergessen kann, wenn man einfach nur schnell durchwascht. Ah, ich wusste doch, hier ist noch ein Krieger. Dann ist es vorbei. Ach, hör auf, du schießen. Gut. Und dann sollten wir bald ganz oben sein. Also zumindest in einem Bereich, wo es wieder Licht gibt. Hoffentlich. Ja, Licht, Licht. Ich stehe jetzt auch noch so bescheiden hin, dass ich sie ganz umsuchen kann. So, was sagt uns diese Box da? Hör gut zu, Luffy. Selbst mit dem Master-Schwert kannst du den Zauberer nicht bezwingen. Finde einen Weg, seine böse Magie auf ihn zurückzuschleudern. Jupp, wir können den Arganim nicht direkt angreifen. Das ist ein wichtiger Hinweis, weil wenn wir es probieren, kann es ordentlich wehtun. Och komm, du hast doch eh nichts hier. Sag, ich fand, dass ich keinen Silenz haben. So. Komm her, du Tomatenritter. Da ist mal dich. Und nun können wir nochmal miteinander reden. Wie findest du das? Ach, komm her, du. Da nehmt so. Da halte ich mich jetzt nicht allzu lange mit auf. Ich wollte hier heute noch fertig werden. So. Tschüss. War auch dich kennengelernt zu haben. Ja, was durch die Krüge lasse ich mir noch. Das könnte noch etwas möglich sein. In den Krügen befinden sich nicht so einige Power-Ups. Da ist noch so ein blöder Morgenstern-Typi. Ach, ich wusste es. Ja, nun habe ich mir hier... Es war etwas ungünstig mit dem, was ich getan habe. Zumindest haben die... Autsch. Kein Schild. So. Du bist nun nicht das große Problem. Selbst im Direktkampf bist du relativ leicht. Nur etwas zeitaufwendig. Das muss man eben lachen. So, das war's. Und nun war's doch gut, dass ich mir hier die Krüge aufbewahrt hab. Weil unter einigen befinden sich Herzen und... Ich glaube, ich habe oft genug betont, dass ich es hasse, irgendwie nicht vollständig ausgerüstet zu sein. So. Oh, ich mag die Musik hier drinne. Gut. Ich glaube, das ist jetzt auf die letzte Etage schon. Ich glaube im Übrigen auch die Karte, die wir beim ersten Besuch im Schloss gefunden haben, lässt sich hier weiterverwenden. Ach, war klar. So. Aber ziehen Salz. Kann ich ja mal nachgucken. Ja, es müsste noch dieselbe Karte sein. Also wer sich gefragt hat, warum man... Also wer das Spiel angefangen hat, sich gefragt hat, warum man hier nicht weiterkam... Oh, anscheinend gibt's hier doch nicht die Karte. Hab ich die überhaupt mitgenommen? Ich weiß es nicht. Ne, okay, doch nicht. Hab nie was gesagt. So. Ihr seid ganz einfach. Einfach reinstoßen oder die sterben schon vorher. Okay, mit meinem Joypad-Controller, wie auch immer. Ähm. Ist so ein dünner Weg natürlich jetzt gerade ziemlich tödlich. Gut. Und damit haben wir es auch schon. Die übliche Musik, bevor wir da sind. Ein nettes Auge auf dem Boden und... Arganim! Oh lala, Luffy. Schön, dass du gekommen bist. Hahaha. Ich habe auf dich gewartet. Endlich kann ich Zelda vor deinen Augen verschwinden lassen. Dir genau hin. Noch siehst du sie in ihrer ganzen Armut. Aber nicht mehr lange, Kleiner. Warum er jetzt nicht angreift? Warum er ihn letztlich noch zaubern lässt? Frag mich nicht warum, aber... Es muss natürlich auch etwas dramatisch sein halt. Und dann muss Zelda halt verschwinden. Das wäre dieses ganze Story... Im... Allerwertesten. Hm-hm. Na bitte. Damit ist das Siegel der Siebenweisen endlich gebrochen. Hahaha. Nun wird es nicht mehr lange dauern, bis das böse in Hyrule seinen Einzug hält. Nicht einmal der Held der Legende kann uns jetzt noch aufhalten. Denn... Hahaha. Die Goldene macht es mit uns. Haha. Macht's gut, Kleiner. Okay. Na, jetzt stehen wir in einem leeren Raum. Und wie wir gerade gesehen haben, er ist hinter dem Vorhang verschwunden. Also einfach durchgehen. Und wir sind da. Ohlala. Du möchtest mich zu einem Duell herausfordern. Nichts lieber als das. Der Kampf ist relativ leicht, wenn man weiß, wie man angehen muss. Insgesamt hat er drei verschiedene Angriffe. Zwei davon... Nein, einen davon können wir zurückschlagen, einen davon können wir abwehren und den anderen können wir nur ausweichen. Dem können wir... Ja, wir können ihn angreifen und dann explodiert er sofort. Also egal, bei welchem dieser komische Kreis da... Ähm... Was der Kreis kuriert und dann explodiert. Und splittert sich auch von mehreren kleinen Details. Diesen Energieball kann man übrigens mit allen möglichen Krampen zurückschleudern. Achso, wenn er sich in die Mitte teleportiert und sich nicht mehr nach links dreht, dann schickt er die Blitze los. Den können wir nur ausweichen. Und ja... Die Energiebälle kann man mit allen möglichen zurückschleudern. Das kann man sogar mit einem Schmetterlingsnetz, wenn man schnell genug ist. Wenn man schnell genug ist halt. Ähm... Ich möchte das einfach nur noch zeigen, irgendwie. Da kommt selber es nicht schwer. Noch nicht. Achso, ja, der Energiebereich verfolgt nur noch ein wenig. Also da sollte man ein klein wenig aufpassen. Aber wirklich gefährlich ist er auch nicht. Wenn man erst nicht Buttonmashing macht und hofft irgendwie auf diese richtigen Energiebälle zu treffen. Ja, wie ihr gesehen habt, weit konnte es damit abwehren. Und genau dasselbe geht als auch mit den Bällen, die er da sonst nur los schickt. Der Blitz tut übrigens ziemlich weh. Das sollte ich vielleicht noch anmerken. Geht doch so. Ich glaube... Ja, man kann es halt mit allem möglich machen. Später noch mit anderen Sachen. Ist halt ziemlich witzig, mit was man ihm alles angreifen kann. Achso, wenn man ihn direkt angreift... Hätte ich jetzt mal einen Fehler gemacht. Ähm... Passiert das? Wir kriegen einen Elektroschock, also... Auch das sollte man möglichst unterlassen. Dann um kaum her, ich möchte ich endlich... Naja, kaputt machen. So. Der hält eine ganze Menge aus, im Übrigen. Also da kann man echt eine ganze Zeit lang mit verbringen. Ding! Gut. Oh la la la, das war ein hellenwürdig. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Attention? Was macht ein englisches Wort in einem deutschen Spiel? Okay, das Spiel ist eigentlich so deutsch wie... Na egal. Ähm, auf jeden Fall... Da hat wohl jemand was vergessen zu übersetzen. Ich werde dich nun in die Schattenwelt verbannen. Ha! Gut. Und... Und... Tschüss. Wo landen wir? An der Spitze einer riesigen Pyramide. Luffy, kannst du mich hören? Ich bin das Zerhasrallah. Der zu dir spricht. Der Ort, an dem du jetzt stehst, war einst das goldene Land. Doch nun... Es ist die Schattenwelt, in der das Böse regiert. Der Zauberer scheint das... Siegel der Weisen gebrochen zu haben. Damit schuf er am Eingang der Burg eine Verbindung, durch die das Böse der Schattenwelt in die Lichtwelt eindringen kann. Nur wenn die goldene Macht zurückgewonnen wird, ist die Lichtwelt zu retten. Auch musst du sieben Mädchen befreien. Sie sind Nachfahren der sieben Weisen. Ihre ererbten Kräfte werden dir bestimmt helfen. Sie werden in den Verließen... ...der Schattenwelt festgehalten. Gehe zuallererst zum Palast der Dunkelheit. Du bist die einzige Hoffnung. Erfülle den Wunsch eines alten Mannes. Bitte. Ja, das hier ist die Schattenwelt. Dazu haben wir natürlich auch gleich eine ganze Karte bekommen. Wie wir sehen, hat diese Schattenwelt erstaunliche Ähnlichkeiten mit der Lichtwelt. Bis auf ein paar kleine Details... Ja, bis auf ein paar Kleinigkeiten, besser gesagt. Wie ihr seht, die Wüste wurde zu einem Sumpf. Ansonsten... Ja, wir werden während der Reise noch einige Unterschiede sehen. Aber im Großen und Ganzen ist sie sich ziemlich gleich Licht und Schattenwelt. Wurde aber auch gesagt. Ja, wer nun im Herasturm die Mondperle vergessen hat, dem bleibt nichts anderes übrig, als jetzt mit dem Spiegel... Wieder zurück in die Lichtwelt zu kommen. Und da dann in Herasturm die Mondperle zu holen. Also, wie gesagt, ihr sprecht aus Erfahrung. Und ansonsten, wie ihr schon gehört habt, wird es nun unsere Aufgabe sein, hier ein bisschen rumzusuchen nach sieben Kristallen, die wir da sehen. Auch an der Seite jetzt. Jetzt neu. Ja, wovor die Amulette waren, sind jetzt die Kristalle. Das heißt, wir haben jetzt eine etwas größere Aufgabe vor uns. Allerdings wird das erst im nächsten Part rankommen. Ähm, denn ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Wir machen hier demnächst weiter. Und ich sage, bis denne. Und ich sage, bis zum nächsten Mal.